Die gute Nachricht vorweg. Gut die Hälfte aller im letzten Jahr geprüften Pkw in Hamburg wiesen keinerlei Mängel auf. Das geht aus dem Jahresbericht des TÜV Nord hervor. Das Ergebnis wurde aus den Hauptuntersuchungen in mehr als 250 TÜV Nord Stationen und in über 10.000 Partnerwerkstätten zwischen Juni 2023 und Juni 2024 erhoben. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Quote der mängelfreien Fahrzeuge leicht um 3,5 Prozent. Bei 22,8 Prozent der Fahrzeuge wurden geringe Mängel gefunden. Zeitgleich stellte man fest, die Fahrzeuge werden länger genutzt. So stieg das Durchschnittsalter der Pkw auf 12,7 Jahre. Mit dem steigenden Durchschnittsalter der Fahrzeuge beobachten wir an unseren TÜV Nord Stationen leider auch eine leichte Erhöhung der Mängelquoten. Dies zeigt, wie wichtig die regelmäßige Hauptuntersuchung ist, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Mängel rechtzeitig zu erkennen. So liegt die Durchfallquote bei Fahrzeugen im Alter von fünf Jahren bereits bei 9,1 Prozent. Nicht verwunderlich, dass im vergangenen Jahr fast jedes vierte Fahrzeug so schwerwiegende Mängel aufwies, dass es zunächst repariert werden musste, ehe eine neue Plakette angebracht werden konnte. Auch Fahrzeugtyp und Modell spielen eine Rolle. So wies der Honda Jazz im Jahresbericht die geringsten Mängel auf. Auch der VW Golf Sportsvan und der Audi Q2 schnitten gut ab. Das Schlusslicht des Rankings belegte das Modell 3 von Tesla. Andere Elektroautos wie der VW e-Golf und der ID.3, der Hyundai Kona Elektro und der Mini Cooper SE belegten derweil Plätze in den Top 50. In den Ergebnissen des Jahresberichts sieht sich der TÜV Nord in der regelmäßigen Kontrolle bestätigt. Autofahrer, die derzeit noch mit einem grünen TÜV-Plakette fahren, sollten sich übrigens zeitnah um einen Termin kümmern. Denn an der Farbe ist der fällige Termin erkennbar. Bei einem Überziehen von mehr als zwei Monaten kann ein Verwarnungsgeld fällig werden. Ab acht Monaten kommt sogar ein Punkt in Flensburg dazu. Der oft unangenehme Besuch beim TÜV sollte also nicht verschoben werden.